Grüß dich und herzlich willkommen beim Sportsmanic-Podcast, heute wieder mit den Best-of-Seven. Mein Gast heute ist der Dominik Faltin von Twitch, mit dem wir in der letzten Folge gesprochen haben über, ja, was ist Twitch, wie kann man Twitch nutzen im Sport, als Sportorganisation, als Marke im Sport. Hört da also gerne rein, wenn ihr das verpasst habt. Jetzt aber zu den Best-of-Seven mit ihm und die Frage 1, was lernst du gerade oder möchtest du unbedingt als nächstes lernen? Ich werde wieder ab Mai Spanisch lernen und mein Spanisch verbessern. Meine Frau ist US-Amerikanerin mit argentinischen Wurzeln. Ich habe zwei Söhne und zu Hause wird ausschließlich Spanisch mit den Kindern gesprochen, also zwischen den dreien zumindest. Und ja, das setzt mich unter Druck, mein Spanisch auf alle Fälle zu verbessern. Ja, schade, dass wir keinen Podcast-Partner haben, der eine Sprachlern-App ist, die genau das macht. Gibt es nämlich eine, die sehr gut unterwegs ist. Die Frage 2, die drei wichtigsten News-Quellen in meinem Business-Alltag sind? Podcasts, LinkedIn und Fachmedien. Hast du auch noch eine konkrete Empfehlung? Welche Podcasts, welche Fachmedien? Ich höre unheimlich gerne den OMR-Podcast mit Phil Bessemeyer. Ich höre das Handelsblatt Morning Brief in der Früh. Und von T-Online gibt es auch noch einen Morning-Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Die Frage 3, welche drei Eigenschaften haben dich dahin gebracht, wo du heute stehst? Menschenkenntnis, die richtige Einstellung zur Arbeit, also organisiert sein, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Kontinuität und Durchhaltevermögen. Die Frage 4, was war der beste Ratschlag, den du bekommen hast in deiner Karriere und von wem war das? Das weiß ich. Das war von meiner Mama, denn die hat immer gesagt, für wichtige Entscheidungen, mein Sohn, denk noch mal eine Nacht drüber nach. Da muss ich mal eine Nacht drüber nachdenken. Ja, genau. Das mache ich bis heute und das hat mir eigentlich immer ganz gut geholfen. Ergänzend dazu vielleicht auch die Frage 5, was war der größte Fehler in deiner Karriere und was hast du daraus gelernt? Ich hatte eine Unternehmervergangenheit, habe mich also auch auf dem Parkett schon mal bewegt und ich glaube, da ist es ganz automatisch, dass man verschiedene Herausforderungen sich gegenüber sieht, die man im Zweifel dann nicht in der Lage ist zu meistern. Aber genau, am Ende des Tages aus genau diesen Fehlern, glaube ich, lernt man und die prägen einen schon auch für seinen weiteren beruflichen Werdegang. Ich möchte es also nicht missen. Dito, das kann ich als Unternehmer nur bestätigen, man macht jeden Tag so unglaublich viele Fehler, aber man geht einen Schritt weiter und ist weiter in Richtung seinem Ziel. Die Frage 6, der nächste Gamechanger im Sport wird? E-Sports, ganz klar für mich. Da sind wir noch, auch wenn es vielleicht, wenn man in der Industrie ist oder in der Gaming-Industrie generell beheimatet ist, ist es einem natürlich noch viel offensichtlicher, was ist E-Sports und dass E-Sports auf der Landkarte ist. Allgemein ist es noch nicht kommerziell genug, meines Erachtens nach. Ich glaube, wie gesagt, das wird noch viel kommerzieller werden mit noch viel mehr Aufmerksamkeit. Dann habe ich nur noch eine letzte Frage für dich. Das deutschsprachige Sportbusiness wird in den nächsten zehn Jahren? Noch viel digitaler mit umfangreicheren Monetarisierungsmodellen. Gibt es noch eins da draußen, was ich noch nicht kenne, was du jetzt gerade auf dem Schirm hast, wo du sagst, das sollte ich mir anschauen? Also ich glaube, wenn wir von noch digitaler sprechen, gibt es mit Sicherheit noch Möglichkeiten der Monetarisierung, die uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal im Podcast gesprochen über die Monetarisierungsmodelle auf Twitch. Da gibt es Bits, das heißt Trinkgeld, digital übermitteln, spenden und so weiter. Also da gibt es ganz tolle Modelle, die man noch weiter ausbauen kann. Und davon kann auch das Sportbus in den nächsten zehn Jahren nur profitieren. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, du hast jetzt einiges aus den Antworten unseres Gastes für deinen Sportbusiness-Alltag mitnehmen können. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann mach es am besten wie über 250 Hörer vor dir und hinterlasse uns eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes. Danke dir vorab für deine Unterstützung und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und ciao, ciao. Der Sportsmanic Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.